Du arbeitest bei Rewe? Ja, I'm a girly. Okay, willst du jetzt besonderen Respekt von uns haben? Weil du in der abgefucktesten Gegend Berlins arbeitest. Hallo, ich will denselben Respekt wie Krankenschwestern. Willst du, dass die Leute zu dir reinkommen im Rewe und zu dir erstmal sagen, danke, dass du es tust? Bist du Single oder in einer Beziehung? Nee, Beziehung. Okay. Und wo ist deine Freundin heute? Die ist nicht hier. Sie konnte nicht. Sie wollte kommen, aber sie konnte nicht. Das ist deine Schwester, oder? Arbeitet sie auch als eine Sekretärin? Wo ist deine Freundin nicht hier? Sie konnte nicht.